Das ist die Saulen. Und rechts ist die Saulen im Panorama. 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 Charakteristisch sind die Kalkablagerungen. Und rechts ist die Saulen im Panorama. Der Runde Gupf ist er. Der Runde Gupf. Der Höhte. Aha. Ah. Dann ist die andere Seite, die Westseiten. Karnberg. Und dann geht es durch den Glantolboden. Glantolboden. Du siehst diese Ebene. Ja. Und dann geht es dann da rauf in Richtung Lindberghund. Ja. Und da oben auf dem Spitz war es Ende. Der Spitz ist dann der Endpunkt Lorenziberg. Und der roten Zwerch. Ja, das ist der Rund. Puh. Dramatolboden. Puh. Puh. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018